und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren episode von baldur's gate 3 ja in der letzten episode haben wir das hier mit den prüfungen weitestgehend geschafft ich glaube mal das sind alle beziehungsweise eine ist noch ausstehend hier hinter der tür und da schauen wir jetzt mal rein ab zum nächsten das sieht geil aus okay ist das ein eis aber warte mal mit dem können wir quatschen mit insite dass der hero choose guidance born of ancient wisdom proven peace not strife the undenied conclusion with justice does the hero rule lead not the guiltless lamb to bloody slaughter nor cleanse the lion sins in sacred water with strategy does the hero scheme a cunning mind a hundred steps ahead your allies close your rivals stunned in dread worthy you are found go forth hero seize your fate and rise great war part of the gate die 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 hatten ja auch drachen vielleicht gar nicht mehr so unschlau gewesen mit denen gut zusammen zu sein warum ist da alles voller blut geht greed als tut nach all der zeit all der zeit verein frag sie in der . we Ja gut, haben wir was anderes erwartet? Oh, das sieht schon ziemlich eklig aus. Ja, das ist nur ein Worm, der Worm hat dich verletzt, und spricht durch dich. Ich bin Arnzul, heart of the gate, butchert in flesh, risen in spirit. Arnzul binds dich, obwohl dein bester efforts ist. Äh, das frag ich mich auch langsam. Äh, ich bin dir nicht böse, lass mich einfach gehen. Bei den Auswahlern schicke ich nie zurück, ich dachte, die Prüfung würden mich zum Schatz für ein lachblütiger Faisi. Aber ich bin schon ein großer Wärm, ich bin kein Feigling. Mhm. 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 Ähm. Wir sind gerade vor dem Tod. Was mache ich denn jetzt? So ein Beherrschen. Äh. Flammenschlag. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja. Äh. Äh. Hat nur 16%. Hm. Mal auf damit. Was kann mal. Das hat kein Ding. Ah. Spur, das ist gehen. Fluch. Puh. Schön. Was kann man eigentlich hier so schönes machen? Hm. 50 Züge. 10 Züge. 9% Chancen. Ähm. Bin ich jetzt auch nicht so happy damit. Scheiße. Was soll ich denn machen? Göttliches Gift. Göttliches Gift. Fernkampf. 6-21. 30%. Leeschlag. Geil. Und weggehen kann ich auch nicht. Das hat nicht sehr viel gebraucht. Ähm. Will ich weggehen? Ich bin schon. Bitte nicht. Bitte nicht. Fuck. Ja. Äh. Äh. Das lief super. Und dann gehst du mit deinem Gedanke einmal. Wozu kannst du dich nicht einsetzen? Hm. Schockgriff. Alter Linderung. Steinhaut. Nur ein halber Schaden. Warum hast du eigentlich keine Waffe ausgerüstet? Was soll eigentlich das? Äh. Weichenschleifer. Wie geht es? Zweihandachst. Ähm. Zelt, zelt, zelt. Geil. Das war jetzt auch noch eine Aktion. Ich stelle mich mal da hinten hin. Ja. Das nächste Elementar. Das läuft super. Aber. Was machen wir? Irgendwas, was richtig weh tut. Tote beleben? Nö. Feuerfall. Hm. Tolligwolke. 10 bis 40. Wenn ich weggehe, klatscht mir eine, oder? Nee. Schön weg hier. Oh. Das ist Elementar. Aber soll ich auf das jetzt gehen? Number seven. Vergiftet Ziele. Ohne des Wahnsinns. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Yes Bitte mich angreifen B-Schlag Cool Guckt euch mal gut an Beide abgestumpft Die greifen mich aber an Scheiße Nice Was wird das jetzt Wo ist er hin Ähm Ja cool Ähm Ich möchte hier mal weg Einander Schuss Und wir bräuchten sowas wie Heilung Äh scheiße Ach da bist du Ah Schieße Müsste eigentlich die ganze Kraft Auf sie da irgendwie ziehen Kannst du so schönes machen Fall der Linderung Nee Ziel außerhalb Okay Das bringt nichts Oh Das ist mal eins ungewollt gut Hahahaha Äh Können wir sonst noch was machen Nee Können wir mal hier hin Irgendwas was richtig schweigt Knochenkälte Nee Klage Pflanzen Pflanzen Sie darf nicht untot sein Äh Blitz 10 bis 16 Hat nicht sehr viel gebraucht Ähm Gehen wir mal so Das erste Was sollst du heilen Bonusaktion Nee Ich glaub du haust mal hier mal voll drauf Sehr gut Und heilen Perfekt Okay Er macht jedes Mal so ein Blitz Oh dem Das ist was ganz schön zwirbelt Fuck Wunden heilen 8 bis 43 Und auch dich selber Nein 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 Ja so ne Scheiße Äh Was mach ich Hm Hm Da Voll drauf Auf Ansage mit Karloch braucht 19 Fertig mal Ergebnis 14 Ja Das hat nicht funktioniert 199 Geil Höchstens 100 Höchstens 100 Blitz 8 bis 48 Meigerrüstung wäre natürlich ne Idee ne Oh geil Oh geil Betäubt Kann ich jetzt weg ohne dass mal was passiert Das ist ein Fortschritt Ähm Auch temporäre Trefferpunkte Ähm Auch temporäre Trefferpunkte Das ist schon mal nicht schlecht Zerbersten Okay Wir verstecken uns mal Ich glaube das bringt's Oh geil Er hat nichts machen können Äh So Nochmal Fernkampf Nahkampf Ja Yo Das hat mir getan 120 So jetzt muss es weh tun 4 bis 24 3 bis 24 Was macht mehr weh Fluch 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 Was haben wir hier Donnerburg 2 Hier richtig 3 bis 30 104 Ah scheiße Äh Drank Ah ich kann den nochmal machen Yes Er ist unter 100 Water macht tot Ha 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 Okay Och du Heilige Monsor I never thought I'd see him again My true identity is the one you've known from the moment we met I conceal nothing from you I simply left out the details that were not pertinent to our cause But it seems you are interested in them Also das wird dem Drachen wirklich gern vorher gewusst Da seht ihr auch nicht Best Buddits seid Ähm Ich hab alles zu Obwohl ich mich gründet Ja Such sentimentality Very well It's like I always told you I was just like you An adventurer Who yearn for greatness And in mortal terms I achieved it As captain of the wandering eye I acquired enough gold to found Baldur's Gate I stayed for a while To watch my city grow But it was not enough I grew restless again The sea called to me And I ran to her with open arms Life at sea was not easy Our last adventure was ruinous My ship was destroyed My crew lost But my spirit was far from broken I was determined to return in triumph once again I heard of treasure in Moonrise I strove to find it What I found was an illithid colony Where I acquired a tadpole much like yours And became a mind flayer Enthralled to the elder brain It was Ansar who found me Ansar who pulled me from the brain's domination Ansar who brought me home He sought to cure me of my sickness Called on every healer he could find Nearly broke his spirit in the attempt But he failed to understand I wanted no healing I was not sick Hmm Hmm He came to me As I slept The mercy killing in his mind I saw the tears I felt his grief I had no choice but to kill him first It was an act of self-preservation So I was not sure I didn't even say anything Fuck Hmm Hmm Yeah I challenged this one Point simply Yes And being alive even more so Do not think that I am ignorant of what I have lost I may not regret my actions But I do regret that they were necessary While the past is beyond my influence The present is not It is time we move on One Netherstone remains We must find it Before the brain breaks free Ja wir wissen ja wo der ist Ähm Lieber Ansar So Der Riesentöter Riesentöter Bei einem Treffer verdoppelst du deinen Stärke Modifier Diese Waffe gewährt dir einen Vorteil bei Angriffswürfen Gegen große, riesige oder gigantische Kreaturen Hmm Wir holen uns gerade mal alles mit Oh da unten ist auch ein Helm Was bist du Schönes Worms Tempest Und his raw hurtle through you Ansars Essence still lives within the Helm Instilling you with power for as long as you wear it Okay Moment mal Das muss ich mir jetzt angucken Äh Baldurans gesunderter Helm Heilt dich zu Beginn Jedes eine Züge um zwei Trefferpunkte Baldurans Gunst Du hast einen Bonus auf 1 auf Früstung Krass und Rettungswürfe Immunität gegen Betäubung Du kannst nicht betäubt werden Das ist schon ziemlich nice Okay Und das Schwert Glaube ich Gebe ich mal Darf ich das K nachgeben Zweihändig Gut Scheiße Jetzt haben wir halt Keine Hilfe Wart Wenn man wieder keilt Geht's hier raus Ja Hier geht's raus Ach hier sind wir jetzt Ah Warum ist das jetzt hostile hier Gehen wir mal ganz schnell hier wieder weg Ah Hallo Ah Dankeschön Gut Äh Wo ist das jetzt alles rot Ciao Let's see what this does Hä War doch immer das jetzt hier Rot gewesen ist Okay Lass her Soll ich Soll ich nochmal strategisch Ne Long Rest machen Bevor es dann gleich weiter geht Ich mag weiter gehen Wo muss ich eigentlich hin Stelle fürs God Hä Habe ich das noch gar nicht gemacht Habe ich einen falschen Safe geladen Ähm Ähm Moment mal Wo war das Gehen wir nochmal nach oben Ich dachte Hm Ich muss den falschen Safe geladen Ja Das ist Die Spaßaktion hier Äh Einmal hier rein Bitte Kommt hier So Nein Ah Okay Gut Ähm Dann würde ich sagen Das ist wieder dein Ausgangspunkt hier Renn dich mal schnell mit Mit Gotash Und dann sehen wir uns gleich wieder Und dann geht's weiter Also bis gleich So Da bin ich wieder Das Gespräch mit ihm Hatte ich tatsächlich schon gemacht Der Marker war halt noch bei ihm Weil wir ihn halt vermutlich Halt nur töten könnten Als Alternative Ähm Ich bin jetzt mal in die Stadt gegangen Also der Kaiser Wir sollen uns ja unter der Stadt treffen Und ich hab den Marker gefunden Der ist hier Der ist hier Der trifft Gottash Beim morphischen Tümpel Okay Gehen wir mal da hin Vermute mal Das ist Das hier? Irgendwo? Nee Mal schauen Wo sind unsere Dudes Nee da Moment Müssen wir hier rein? Wir müssen da runter Wo wir ja auch schon Ziemlich oft gewesen sind Ist es hier? Unterstadt Das ist der Tempel Ähm Unterstadt Ruinen Gehen wir mal da hin Das wird's aber auch nicht sein Ähm Der Marker ist irgendwo Da vorne Moment Ist da jemand? Hm Was hast du da jetzt? Tempel Trefferpunkte Nee Ey Ey wo muss ich hin? Habe ich da was nicht entdeckt? Da sind wir überall gewesen Das ist der Tempel des Baals Wo ich eigentlich nicht nochmal reingehen will Da dürfte es sich weiter gehen Da war zu Hier glaube ich Da ging es ja Das war das mit dieser komischen Dampfmaschine da Hm Dann müssen wir doch nach oben Waldustor Waldustor Basiliskentor Unterstadt Ruinen Waldustor Hm Wo ist das? Wo ist das? Bei der Marker zeigt genau da hin Hilf Gottes Hilf Gottes beim Moffischen Tümpel Hm Ich Komm mir mal ganz kurz Hilfe Und schau mal wo dieser Tümpel ist Bin ich grad ein bisschen überfragt Wir sehen uns gleich wieder Okay Liebe Leute Wir sind wieder da Gemäß Internet Sollte es irgendwo hier unten sein In den Unterstadtruinen Wir sollen eigentlich nur dem Pfad Folgen bis wir zu einem Ruderboot kommen Also wir sind Also hier Nein nicht Unterstadtruinen Da Warte mal Wir gehen nochmal Wir gehen nochmal da lang Oh da ging es ja wieder ganz woanders hin Torbogen mit Ruderboot Uralter Ach ne Geil Also ich kann dann Oh Keine Zauberfreude mehr Ruiner Unterstadt Hier Ne Luke Da ging es ja halt auch nicht weiter Kommt ihr Ne Das ist ein Dead End Und hier Ist der Tempel Und da will ich hier eigentlich nicht rein Oder muss ich hier wieder rein? Ich seh da Nix wo ich noch irgendwie hingehen kann Ja da ist Dead End Irgendwas mit dem Ruderboot Das Ruderboot nicht hier hinten Da so lang Und da sind wir ursprünglich Kommt Da geht noch ein Abzweig weg Da geht eine Treppe nach oben Ach Da unten vielleicht Okay Ähm Wo sind wir? Hier da sind wir Ich bin nicht irritiert Weil Weil da eine Teleportationspunkt halt da hinten ist Unterstadtkanalisation Oh da sind die Dinger wieder Geh nochmal zurück Äh Hier rauf Kommt mal Jungs Ich bin jetzt hier da wieder Spawn Genau Und da Ja gut Das ist kaputt Das ist halt mehr so eine Fähre Mal kurz orientieren Wir sind da Wir gehen jetzt mal nach da unten Nicht weiter in die Richtung Event Äh Waren wir da hinten schon? Oh Hat mir das noch gar nicht Schatzkondensation Jetzt haben wir es Hier vielleicht? Äh Was? Arabella? Arabella seems not to notice you as you approach She's as intent on examining a peculiar stone as she is unbothered by the corpses littered on the ground Arabella Hey I had a feeling you'd show up It's sort of our thing Like it's fate or something Check out the stone It's magic Incredible right? Ähm Solber mal Scheiße Witzchen Sollen wir es nochmal machen? Ja komm Yes You are flooded with memories of the distant past Creatures slain Lovers reunited Spells crackling through the air The stone holds records of all who have passed by it Arabella is collecting them It's as natural as breathing for her Ähm Ähm Bandits came at me with daggers They didn't know who they were messing with And I've only scratched the surface I want to know everything Boneman was right The weave will take care of me I just need to listen That's The weave Yep And I like it that way Boneman told me to follow the weave to let it guide me I've learned a lot thanks to him Okay Don't worry about me I'll be just fine I'll see you soon enough Boneman said so Aha Obst du wieder was tränke Nein natürlich Come on Nö 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 Keine Gedanken Der stein Okay Finde ich ein bisschen sass Aber Na gut Immer noch einen Erdhaufen Nice Ah Person beherrschen Oh geil Das Gebe ich mal dir Das Werkzeug Yes Teil des Feuers Ja Gut Ist er nicht Ja okay Ist nicht am Boden Nicht das was ich wollte Holzfass Könnt man noch angucken Ne Nix Jo Kein Boot Warte Ne Da hinten geht es noch runter Also da einmal durch Und dann rechts Auch kein Boot Da ist nur ein Testteil wieder Auch nichts drin Da sind noch die Leichen Von letztes Mal Hä Wo geht es denn da weg Hier Oh hier Oder Ne Wir stehen richtig Boah das ist unten drunter Ne Das ist wieder so ein geheimer Ausgang Ähm Können sich nicht normal Feuerpfeil machen Ähm Du Feuerpfeil Irgendwann mal gegen die Wand Da Ja Bringt gar nichts Okay Okay ich hab grad irgendwie Also das einzige Boot Mäßige ist das hier unten Und das hat nicht weiter geholfen Stadtkanalisationen Unterstadtruinen Da geht's nach oben Da geht's nicht weiter Ja Ja War man hier drin schon Ging's da rein Schau ich da nochmal Schau ich da nochmal So liebe Leute So liebe Leute Da bin ich wieder Und jetzt hab ich mir mal Auf der Karte ein Bild zeigen lassen Wo ich dann hingehen muss Schaut mal wo ich bin Wir hätten doch hier runter gehen müssen Das gehört zu den Ruinen hier noch dazu Der Tempel ist dann quasi ab hier Und unser Weg geht hier nach geradeaus Weiter Und wenn ich hier noch ein bisschen nach oben scrollt Sehe ich jetzt gerade Dann hätte ich es auch gesehen Ja Ich hab meine Verpeilteid Gut Runter hier Mh Der sieht so einladend aus Da bei unserem Tempel Und Weil ich gerade dabei bin Hab ich noch bemerkt Dass ich Den gar nicht tragen kann Zuerst Kala trägt den Und wir tragen wieder Just die Kala Maske da So Nö Okay Weiter So Was hast du jetzt? Achso Wo wäre schon mal ein Stieg? Aha Autosave Da ist noch ein Lager Tränke würde ich geil finden Nope Nope Auch nix Hier vielleicht Warum sind die ganzen Ratten da unten so komisch? Oh ja Was? Das erklärt das Also die können uns angreifen oder was? Ich probiere es einfach mal aus Okay Tun mir noch nix Mh Ja Was ist denn das Zeug? Okay Abgetrennte Beine Einfach mal so mitten in der Gegend Ah das ist gut Wegpunkt Ach da hinten Willst du zum morphischen Tümpel gehen? Die Entscheidung ist endgültig Ähm Nein Ich habe die Vermutung, dass es dann gleich abgeht Machen wir zuerst mal eine Long Rest Will da mit maximalen Kräften rein Ah hier sind wir wieder Dö Einmal bitte schnell Long Rest Yes Wenn wir wieder halbnackt sind Und schlafen Hallo Los geht's Ah Ruhige Nacht wieder Ach nö Sonst doch mit dir Da war ja auch noch was Ähm Was nehmt ihr mit? Wenn ihr wollt aber so gleich nicht schlafen Ah ja Die Rite The Master needs him He must attend What a lovely invitation But I'm afraid I'll have to decline I intend to kill him You see We will live again, Astarian The scars on our backs are sealed with the cruelest power Seven spawn Seven sigils You're number seven The final piece of the Rite He needs us all for the Black Mass Our fates were sealed in his writing long ago A promise to his favorite spawn Fulfilled in the crypt beneath his palace This is our only chance to be free To end centuries of slavery Okay Da wurde ja nicht sehr viel diskutiert Ähm Okay Was machen wir denn schön Irgendwas, was eine Person beherrschen Hm Alles keine Humanoiden Okay Spurlos gehen Klingemann Blindheit Hm Furcht Macht das da Hm Scheiße Gelungen Gut, dann gibt's nochmal eins Erf die Lüse Und wir Gehen wir strategisch nach hinten Okay Oh, scheiße Der hat sich keilt Beschlag Nice Okay Okay Ist das eine Bonus Ja, ist eine Bonusaktion Das kann man hier hin Ja Sehr gut Ja, bedrohlich Komm, geht schon Nice Das war nochmal provozierend Nice Fadendrang Nice Oh Gott, nochmal Wie wär's mit Erschüttert Einer weniger Stellen wir uns mal zu den beiden hin Gut Du kannst mal Großen umwerfen Probier doch mal Geil Ähm Ja Nice Stellen wir uns nochmal auf die andere Seite hin Eigentlich so In der Fünfergruppe rumfahren Wäre irgendwie auch ganz praktisch Ich meinte, da gibt's sogar einen Mod für sowas Feuerball Finde ich euch zwei irgendwie Ja Nice Ja Lass mal so bleiben Was machen wir schönes Donnerwoge Ach komm Bebund Fehlschlag Ja, bleibs da stehen Sonst krieg ich ja nicht gedängelt Hat sich's wieder Ah, der hat sich geheilt Ja, was soll's So, einmal fährst du durchbauen Dankeschön Dann würde ich sagen Scheiße Äh, stellt man sich erstmal in der Nähe Fuck yes Kommst du da hin Yes Okay Einmal rücksichtslos Es ist halt schon ein geiles Schwert Mhhh Zerfleischel Geil Und mit dem Knauf hinterher Läuft Komm mal Sardin Gib den Rest So Warum eben noch zu dunkel Okay Critical Jut Ähm Du Mast Was Zerfleischen Ich glaube das sollt reichen Ernst jetzt Geil Ja Ja, mal dazu noch Kommen Okay Nicht mehr ausgesaugt Gut Ähm Wo sind wir? Da sind wir Können wir jetzt bitte den Longrest machen Machst du das? Yes Okay Liebe Leute Nachdem wir schon wieder an der Zeit sind Würde ich sagen Machen wir hier erstmal Pause Für die Episode Da sehen wir uns in den nächsten wieder Und dann gehe ich mal davon aus Dass wir Big Brain Wieder treffen werden Schauen wir es dann weiter geht Ich gehe mal davon aus Es wird ein fetter Endkampf Wo ich sicherlich mal ein, zwei Anläufe brauchen werde Weil mit Verbündeten schaut es ein bisschen schlecht aus Gerade nach meiner Spielweise Wird spannend Bis dahin Ich wünsche euch Spaß Macht es gut Ja liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben Gebt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis denn dann Euer Brabucher Bis zum nächsten Mal Tschö tschö